Willkommen zu einem neuen Video von Neodoc und schön, dass du eingeschaltet hast. Multiple Sklerose ist die häufigste entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Bei Autoimmunerkrankungen wie der multiplen Sklerose greifen fehlgeleitete Zellen des Immunsystems körpereigene Zellen im Gehirn- und Rückenmark an. Was Zwillinge und die Darmflora mit der chronischen Erkrankung zu tun haben, darüber mehr im Video. Viel Spaß! Bei der MS-Erkrankung schädigen autoaggressive T-Zellen betroffene Nervenzellen, was wiederum zum Abbau der Hüllschicht führt. Somit sterben Zellen ab und Nervenreize werden nicht mehr korrekt weitergegeben. Diese potenziell autoaggressiven T-Zellen hat eigentlich jeder Mensch von uns in seinem Körper, doch sind die Zellen in der Regel lebenslang in einem sogenannten Schlafzustand. Bei manchen Menschen wird jetzt aber das krankheitserregende Potenzial dieser Zellen geweckt und es kommt zum Ausbruch der multiplen Sklerose. Den Grund für diese Aktivierung vermuten Wissenschaftler in einer Kombination aus Genetik- und Umweltfaktoren. Hartmut Weckerle, Hertie-Professor und Emeritus-Direktor am Max-Planck-Institut für Neurobiologie sagt, wir kennen mittlerweile mehr als 200 Gene, die den Menschen für eine MS-Erkrankung empfänglich machen. Damit es zum Ausbruch kommt, braucht es jedoch einen Auslöser, der bisher im Umfeld von Infektionen gesucht wurde. Vor einigen Jahren schon fanden der Neuroimmunologe und seine Mitarbeiterinnen heraus, dass die Auslöser vermutlich in der natürlichen Darmflora zu suchen sind. Nachdem im Tierversuch gezeigt werden konnte, dass Darmbakterien die MS auslösen können, untersuchte und verglich man nun in einer Vielzahl von Studien die Zusammensetzung der Darmflora von gesunden und an MS-erkrankten Menschen. Prof. Weckerle weiter, das Vorhandensein eines bestimmten Mikroorganismus bei MS-Patienten sagt noch nichts darüber aus, ob dieser tatsächlich eine Funktion bei der Krankheitsentwicklung übernimmt. Das kann nur mit Hilfe von Tierversuchen geklärt werden. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, verknüpften die Forscher nun in einem großen Kooperationsprojekt die klinischen Untersuchungen und die Grundlagenforschung eng miteinander. Man verglich nun die Darmflora eineiiger Zwillingspaare. Denn in seltenen Fällen haben MS-Patienten eineiige Zwillingsgeschwister, wobei in den meisten dieser Fälle dann nur ein Zwilling an MS erkrankt, während der andere gesund bleibt. Im Rahmen des Kooperationsprojektes rekrutierten Lisa Angerdes, Reinhard Hohlfeld und ihre Kollegen vom Institut für klinische Neuroimmunologie der Universität München, deutschlandweit eine einzigartige Kohorte von mittlerweile mehr als 50 eineiigen Zwillingspaaren. Bei ihnen war jeweils ein Zwilling an MS erkrankt. Da ja jedes Zwillingspaar genetisch identisch ist, sollten sich nun auf diese Weise MS-relevante Unterschiede der Darmflora aufdecken lassen. Spannend wurde es bei Tieren, die Darmflora-Proben der MS-kranken Zwillinge bekamen. Denn sie erkrankten zu fast 100% an der MS-ähnlichen Hirnentzündung. Die Untersuchungen bestätigten nun erstmals, dass Bestandteil der Darmflora von MS-Patienten eine funktionelle Rolle bei der T-Zell-Aktivierung spielen und somit ein Auslöser für die Multiple Sklerose beim Menschen sein können. Nun kommt es darauf an, die in Frage kommenden Mikroorganismen weiter einzugrenzen und zu untersuchen. Der Mediziner gibt jedoch zu bedenken, dass sich die Untersuchungen ganz bestimmt auch über Jahre hinweg ziehen können und nach wie vor offen ist, ob und welche Diagnose- und Therapieverfahren daraus entstehen können. Es bleibt also spannend, was die Forscherinnen und Forscher in den nächsten Jahren an Ergebnissen gewinnen werden. Weitere Videos über Multiple Sklerose findest du auf www.neodoc.de und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne einen Like da oder du teilst es mit deinen Freunden oder Bekannten. Alles Gute!